Herzlich Willkommen zu meinem Original Timo Hampel. Mein Timo ist immer noch Special Olympics World Games 2023, Tag 7. Ich habe Tennis gespielt, zweimal, einmal die Einzel, leider verloren habe, aber ein Doppel war interessant gewesen. Einmal waren wir in der Führung gewesen mit selbst, leider haben wir nicht heute Trier gewesen. Ja, 6 zu 6, da müssen wir Tashanty Blade spielen, bis 10. Und ich bin trotzdem zweifelt gewesen, wir haben noch Schafen, ich war durchgespieß, ich kann nicht mehr. Dann haben wir alles rausgeholt und waren einmal unentschieden gewesen, dann sind wir zwei in der Führung gewesen. Wir haben gewonnen in Tashanty Blade, ich kann es nicht erfassen, wenn wir es geschafft haben. Wir sind im Finale Runden dabei. Wir haben mir sicher eine Reihe bedient und jetzt habe ich wirklich Hunger haben, auf meinem Podium Podink und danach ausruhen und schlafen zu gehen. Tschüss!